Ich heiße Alina, bin 24 Jahre alt. Ich werde Industriekauffrau und das macht mir sehr viel Spaß. Als Industriekauffrau durchläuft man eigentlich alle Abteilungen im Unternehmen. Es ist sehr vielseitig, weil man von jedem etwas kennenlernt. Buchhaltung, Einkauf, Personalabteilung. Man schnuppert auch mal in die Entwicklungsabteilung rein, um das Produkt genauer kennenzulernen. Ich weiß alles über Wellpap-Kartons. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Verdienstmöglichkeiten sind gut. Kann man gut von leben. Die wichtigste Fähigkeit ist eine gute Auffassungsgabe. Ich bin momentan im Verkauf. Manchmal kommen Anrufe von Kunden, die schon eine Verpackung haben und möchten von uns ein Gegenangebot. Dann lassen wir uns ein Muster zuschicken, gucken uns das an, wie es konstruiert ist und messen dann auch, was es für eine Qualität ist. Weil das auch wichtig ist für unsere Kalkulation, aus welchen Papieren der Karton besteht. Beim Auswiegen schneide ich eine genormte Fläche aus dem Karton aus. Den Kreis lege ich dann ins Wasser, damit sich die einzelnen Schichten voneinander lösen. Dann wiege ich das, damit man die Grammatur dann hat. Dann erstelle ich für den Kunden ein Angebot und wenn mein Preis gut ist, dann bekomme ich auch den Auftrag. Wenn man mit mehreren in einem Büro sitzt, ist es halt schon wichtig, dass man sich auch gut miteinander versteht, weil man halt auch mal ein paar Sprüche reißt. Jeder Versandkarton braucht einen Versandkarton.